Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Sealed of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trance. Ich heiße euch, herzlich willkommen zu der Beta-Version. Beta? Ne, noch später Version sag ich schon. Ne, jedenfalls Version 2.02 Beta, genau. Revision 935 und wir sind clever gewesen und haben uns jetzt erst ausgerüstet, sind dann zu einer Speicherstation gegangen und haben jetzt hier angefangen, wo wir das letzte Mal ein bisschen versagt haben, und zwar ungefähr eine halbe Stunde davor. Was denn nur? Du hast die Kiste vergessen. Was denn nur für eine Kiste, da war auch keine Kiste mehr drin. Mit dabei ist Macabill. Macabill. Hallo. Und mit dabei ist auch die Mary. Hallo. Gottentag. Und jetzt geht's weiter. Es gibt zwar schon die Version 2.02, aber... Revision 935. Ne, 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 ne. Achso, die ist jetzt offiziell draußen, ne? Ja, klar ist die draußen. Die gibt's zwar schon, aber das ist ein Kunde, die identisch mit unserer Version. Erzähl dir nicht. So'n Scheiß. Wir haben ja eine Special Version. Naja, ja, 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 auch, ja. So, deswegen lassen wir das einfach so, wie es ist. Hier auf den Ritter, auf den Ritter, auf den Ritter, auf den Ritter, bevor der ins Wetter kaputt schnitzelt. Okay, ich mach dir das. Das ist noch ein schwacher Ritter, glaube ich. Das ist kein schwacher Ritter, Ritter sind Ritter. Ritter sind Ritter. Guck mal, der Ritter ist tot. Guck mal, ich krieg dir voll viel Erfahrung, Ben. Und nicht immer einen Loot-Ritter. Echt mal, voll der Billig-Ritter. Ja. Mit seiner Barbie-Rüstung. Genau, Barbie-Rüstung vor allem. Ey, cool, hier war das letzte Mal ein Ritter, der uns kaputt gehauen hat, glaube ich. Ja. Oder er kaputt hauen wollte. Wollte. Er wollte uns zerschnitzeln. Also, wie ich diesen Gegner kaputt haue, bin ich saue. Oh, guck mal, wie er geschrien hat. Auf jeden Fall haben wir ja festgestellt, dass die Gegner hier schon ein bisschen stärker sind. Scheiße, was du denn? Was ist das für ein Hammer? Jetzt. Der Hammer. Der Hammer macht sich nur kleinen. Du musst den Radieschen nehmen. Nein, den Hammer macht ein Gruß. Oh, scheiße. Der Hammer macht ein Gruß. Pass auf, guck ihn. Sind wir eh durch. Tata. Das war nämlich das letzte Mal, wo Mary nämlich die Bulette von dem fremden Gegner gepfuttert hat. Aber der Hammer macht dann auch umsonst groß. Yes. Du meinst, er ist kostenlos. Ja, kostenlos. Krass. Du warte. So, ich war eigentlich voll umsonst. Warte mal. Du musst das letzte Mal nach links gelaufen. Wollen wir jetzt mal hier hochgehen? Warte mal, warte mal, warte. Ich bin ja jetzt hier. Nicht so mega, meine Ruhe, oder was? Junge, junge, junge. Ich könnte die Katze am Mega-Mann rum, da gibt es hier mal gar nicht. Geht doch nicht. Einen guten Mega-Mann. Ähm. Ich wollte hier einpacken. Ich packe meinen Koffer und packe einen den Schrumpfhammer. Nächster, bitte. Das war's. Mann. Ich hab mitspielen. Hilbert, heil mich mal. Okay, mache ich. Ich verstehe das Spiel nicht. Ja, wir verstehen es. Wir verstehen es nicht. Es passt nur noch ein Item dran. Oh, Mann. In den Koffer. Was ist denn? Der Koffer ist voll. Drück einen Knopf. Wir können mal nicht so rum, zum Beispiel, wo es richtig ist. Hier kommen wir zum... Nee, wir müssen hier hoch. Und hier kommt, glaube ich, wieder raus und zum Beispiel, das heißt wieder. Äh, Ritter, ich schlage dich hier mit zum Tode. Kohl, der Astrunde. Lockout, Ritter-Nockout. So heißt er mit vollem Namen. Der Ritter-Nockout. Cool. Ritter-Nockout. Der Ritter. Knock, knock. Herein. Hä? Who's that? Wenn du es schon auf Englisch machen willst. Fucking Ritter. Fuck the Ritter. Fucking. Fucking fake fuck. Kill Bill, heil me. Heil me. Heil. Der Ritter ist schon voll brutal. Heil me. Kill Bill, heil me. Hey, das reint sie. Das reint sie. Ich auch, bitte, sonst bin ich tot. Du hast schöne Ballerinas ankebel. What? Ja, guck mal jetzt genau an, wenn du jetzt zauberst. Ballerina in your face, man. Da guckst du. Das ist geil, Mann. Das ist der Wolfsschrei, Mann. Ja, das ist voll die Wolfsschuhe, ey. Wolf, ich mach dich gleich mal den Wolf da hier und du siehst. Geht nicht, hab schon. Okay. Kann ich gleich vorrühren. Ist nicht. Oh nein, ich schuhe wieder der Todesretter des Todes. Das geht nicht so viel ab. Oh, der zieht wirklich viel ab, ne? Das ist ja auch der Todesretter. 83. Da heißt ja, du bist ein Todes, oder meinst du? Todesretter des Todes halt. Ja, das stimmt allerdings. Der ist nicht ganz ohne. Ja, Kilby. Weil du halt so spät gekommen bist, kriegst du so eine Schokolade. Psch, nicht verreuten. Ja, die Leute wissen doch noch nicht mal, wie spät wir es haben hier. Beschweige denn, wann wir uns verabredet haben. Beschweige denn, wie viele halbe Stunden du zu spät gekommen bist. Da, weil du so lieb bist, kriegst du jetzt auch mal einen Refresh. Juhu. Refresh. Ah, die Uphilie. Refreshet. Herbal Essences. Jawohl. Oh, jetzt gibt es ein Todesding mit drin. Ja, genau. Bäm, alle tot. Ja, Pech. Nee, nur einer, aber trotzdem, ja. Kapitän. Ja, hat 62, kann man ja vertragen, ja, als Wolfsmensch. Eigentlich nicht. Bist du jetzt hier doch Führer? Nee, nö. Ich weiß noch, ich weiß noch, wo wir rüber mussten. Halt, warte auf die Marie. Oh, nein, ist doch ein Wurst. Ich muss mich mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Ist doch total Wurst. Das ist total Wurst. Hey, ich wollte mich zurücklassen. Nein, wollten wir nicht. Nein, 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 bloß nicht. Wenn wir da eigentlich gar nicht haben, dann kann ich sagen, wo wir da hingekommen werden. Da waren wir nicht wieder zum Anfang gekommen. Ja, echt mal. Und das wollen wir nicht. Das war ich die Special-Abkürzung. Scheiße, wir müssen hier runter irgendwie. Ja, guck mal hoch. Ah, ja, ich will den Knopf drücken. Knopf. Ah, ja, genau so was. Jetzt kommen wir nicht da lang. Ja, kontinuiert. Hier runter. Ah, ja, ich weiß. Da wollte ich doch eigentlich lang. Ah, ja, das ist jetzt. So, jetzt hier lang, da lang, dann drücken. Push the button. Push the button. Mein eigenes Ohr ist an der Böden. Is on the button. So, jetzt gibt es hier rechts einen Weg, glaube ich, dann, ne? So war das doch. My button is on the button. Aber, es gibt auch hier einen Speichepunkt. Save point. Ich hab zwei, ich hab zwei Punkte zuerst. Und das nicht ohne Absicht mit der Melodie von Sega. So. Delittle. Ja, was nimmt man denn? Was nimmt? Ich finde die items ja richtig, also diese immer noch scheiße, ne? Sag ich, wie sie ist. Ich finde es original immer noch. Ey, du kannst es der Herr zurückpatschen, wenn dir das nicht passt. Ja, ne, das ist das Problem. Kann man ja mit dem aktuellen nicht mehr. Aber er hat ja geschrieben, dass er das eventuell in Betracht zieht. To see the rest of the day. To see the rest of the day. Und links? Motler, Speichepunkt. Boah, die haben uns letztes Mal gesucht, haben wie Sau nicht gefunden, Alter. Ja. I'll show you one a safe. Oh yeah. I won a safe. Und jetzt nochmal irgendwelche anderen Lieder anstimmt vielleicht. Do you one a safe, do you one a safe. So tell me what you save, do you one a safe. I won a safe. Seht am Himmel. Das muss die Gottesbestie sein. Umg. Dass wir jetzt hier nach so vielen Parts mal wieder vorlesen, ist ja gut daran merkwürdig. Das ist der Luftkampf. Luftkampf. I'm the Luftkampf. Wow. Und dafür mussten wir jetzt so hoch, hätten wir das nicht gleich von dort aus sehen können. Nein, nein, nein. Nein, stattdessen müssen wir jetzt fliegi, fliegi. An den Himmelweg. Gebirgszone. So, jetzt mal ein bisschen anstrengen hier. Okay. Kill Roy, man. Schießen, schießen. Gott, es best ihr, Dangard oder sowas. Dangard. Dafür kriegst du erst mal Shuyuken. Dangard. Und dann, ob das wirklich ein richtiger Name ist, Dangard? Dance in the name of Mark. Hä, was meinst du? Dangard, ob das so richtig ist? Was denkst du? Don't know. Dangard. Oh, wow. Oder wie heißt es? Dangard. Danger. Da müssen wir noch mal googeln. Die Mary pustet immer ins Mikrofon. Sorry. Ist schon wieder genervt, dass ich jetzt schon wieder in Frage stelle, ob ich danach berichtet ist. Nein, gar nicht. Das sagt es jetzt auch nur so. Bamgard. Da gucke ich noch mal in Google. Das werde ich dann posten, wenn du Mary's Video wiederhole. Eisengard. Und wie heißen die ganzen Garth noch? Garth noch. Irgendwie. Special. Ka-bam. Voller coole Mode 7 Move. Mit dem Hintergrund meinst du? Oh, fuck. I'm a yes. Ich heile mich auch selbst. Und Mary kann sie auch selbst heilen. Wenn sie gerne mag. Ja, mag sie. Möchtest du dich heilen? Nein. Ja, nein. Vielleicht. Ich tue mal ein bisschen zaubern auf den. Cool Idee. Ja, voll was Gescheides. Kippe kommt überhaupt nicht zum Zaubern, ja. Ja, ist eigentlich alle geheilender Zeit, wo ich komme, erst mal anfang zu heilen. Von der Rainbow Road Kabel. Ja. Hey, ich hab doch gerade Zauber gemacht. Jogpoint. So ging das nicht. Guck mal, wie ich gerade cool springe. Ja, bämm. Ich kann nicht zaubern. What? Warum nicht? Mit 48 MP sollte man eigentlich noch eine ganze Menge zaubern können. Grafschuh. 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 Ja, was Kraftschuh. Ne, uns sollte Kraftschuh geben. Angriffskraft runter. Ah, das ist auch nicht schlecht. Es war bestimmt Kraftschuh. Aber das Problem ist, der macht aber halb sich Magie. Du brauchst, wenn dann Magie schwund oder sowas. Hat er überhaupt schon mal angegriffen? Ja, mit Magie. Okay. Ich mach jetzt alles drauf, was ich kann. Ich führte einen Bonbon. Ich hab gerade Hunger. Ey, du brauchst den ganzen Scheiß jetzt hier und dann am Ende. Ich mach die wertvollen Bonbons. Ja, die total wertvoll. Los, wir nehmen so einen Schrumpfhammer. Geist. Ja, Geist. Ja, Geist. Ja, Geist. Ja, genau. Wir machen so einen Schrumpfhammer, hauen auf den Typen da drauf und dann fangen wir den in den Käfig ein. Dann haben wir einen Wellensittich-Gegner. Mit zwei Köpfen. Okay, Bim, Special. Ja, du aber auch, ne? Hier, guck, Magie hat er nämlich. Cross. Und da hat er uns noch 35 abgezogen. Das ist ein Witz, ne? Special attacks. Special. Ne, du kannst dich selber heilen, oder? Ja, ja, klar. Jetzt wirst du sterben. Bum, ist voll die Fresse. Voll die Fresse. Rabuschel. Kennst du den Film von Hengowo? Der hat das kleine Quintin in der Fresse. Also mit dem Elektrozeug. Das hatten wir schon mal, diese Haltung. Und kennst du das nicht, eben? Voll geile Stelle ist das. Und das hat er gerade mit uns auch gemacht, mit dem Elektrozeug. Aber ich kenne nur das Äffchen, das mit Drogen dealt. Ja, das kenne ich auch. Ja. Du meinst, das hier auf dem Hengowo-2? Ja. Ich fand das total cool an Bord. Mit seinem Mike Tyson Tattoo, glaube ich, oder so. Was ist Mike Tyson? Ich war erst auf Mr. T, aber Mr. T hatte... Nein, nein, Mike Tyson war es. Habe ich doch richtig geraten. Er ist voll cool, voll korrekt. Fand ich voll geil am Ende. Ja, mit dem Schnellboot ankommen. So, Stufe 1 gedannt, oder was? Ja. Und jetzt kommt Stufe 2. Wahrscheinlich, ja. Level up. Ey, ich komme mal wieder runter. Ich kann nicht springen in dem Spiel. Ey, guck mal, wie groß unser Vogel ist. Wie klein der Mikroche Vogel ist. Ich bin da, der könnte ja nicht voll fressen. Das ist wie hier bei einer unendlichen Geschichte so ein bisschen. Aber weißt du was? Wir haben alle unsere Special-Kraft verloren, ne? Ja, ich mache es für Schmuh. Ja, das war Schmuh. Schmuh. Muuu. Das ist Momo. Das ist Momo. Nee, nee, nee. Hahaha. Das ist keine echte Momo. Er zieht da aus wie ein Vogel. Das ist Momo. Das ist Momo. Das ist Momo. Das ist Momo. Die heilige Momo. Ich glaube, ich glaube, auf vietnamesisch heißt Momo. Das heißt sogar irgendwas. Die sagen das also. Scheiß. Aber warum ist das nochmal hieß? Irgendwann. Auf welcher Sprache bitte? Sklap vietnamesisch. Leute, liebe Zuschauer, dies ist eine Aufgabe für Sie. Gucken Sie nach wie ein nidmäßischer Momo. Ja, oder was? Momo, gleich nochmal auf andere Sprache. Es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall, was für da als ein Sinn gerissen ist. Tja. Wer will, wer will. Der Pick hat noch nicht. Special Victims Hero. Ja, genau. Wir sind die S.W.H. Special Victims Hero. Ja, auch. Warum ist er so ultra hart hier? Es ist ja auch eine Gottesbestie, also da darfst du jetzt nicht vergessen. Tintel Heile nicht vergessen. Das ist wirklich, ne? Die dauern irgendwie alle so ein bisschen länger, oder wenn ich an die Börse vorher denke. Naja, okay, wir sind jetzt bei einem Part angekommen. Also ich. Ich habe jetzt schon bei Stufe 2 sind, würde ich mir fast sagen, kann man noch bis zu Ende führen. Du. Kim, du musst dich auch heilen. Ja. Nein. Warum? Nein, warum? Nein, Mann. Ich will nicht heilen. Nein, Mann. Ich will noch nicht heilen. Ich will erst mal ein bisschen sterben. Komm schon, Alter. Hau doch nicht so drauf. Ja. Oh, Mann. Hau noch mal drauf. Oh, jetzt. Fuck, jetzt gehst du voll einer vor's Maul, ey. Haltet deine Maul. Haltet euer Maul, bitte. Ja. Haltet eure Maul. Eure Maul. Haltet eure Maul. Nein, ich werde sterben. Ach du Scheiße. Der hat er voll neigermaßen. Und jetzt baue ich ihm mein Special rein. Oh, 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 oh. Pig ist so so klein tot. Ach, erzähl nicht. Ne, wir warten jetzt kurz tot. Ich war's. Das war's. In der anderen Höhle. Komm, sie haben auch noch ein Schlag. Da habe ich mein Special wieder Freude. Kannst du doch nicht unterbrechen, Mann. Ich mach jetzt, wenn dich. Nein, ich brauch nicht. Ja, du brauchst. Los, hau dich. Äh, heil dich mal nicht. Hau dir selber ein rein. Los, volle Möhre. Ich hab' ihn voll den Popo aufgeschlitzt, Junge. Ich brauch' auch, heil'n, heil'n. Heil'n, heil'n. Die tut mir aber so. Mach' dir dein Special. Ja. Ich fand' ich's nicht. Ich mach' das Special. Voll, nein. Volles Rürschen. Dann, heil, dann, heil. Kiebel, du musst dann aber auch mein Special. Du auch, ne? Ja, ich hab' alles gerade vollgelegt. Deswegen hast du jetzt anzünden. Ich bin so viel schneller als wie du. Ja, gedenkst du aber nur. Immer zweimal mehr wie du. Mäh, mäh, mäh. Ist das jetzt der Gegner? Vor allem, wo kommen die Steine her? In der Luft. Habe ich mich jetzt auch gefragt. Ich mein' hier sind zwar ab und zu mal ein paar Berge im Hintergrund, aber... Guck mal, sie schlägt gerade Meri. Bam. Voll, krass. Voll, move, ey. She likes to move it, move it. Hahaha. Genau, hier. Voll die Fresse. Krawuschel voll in der Face. Das war auch ein Endmove. Kibbel kann's gleich bald nicht mehr zaubern, ne? Äh, ich kann schon noch. Ja, du hast nicht mehr viele MP. Entspann dich. 12 MP noch. Das geht schon alles noch. Ich will dich ja noch nicht leicht erinnern. Ja, wahrscheinlich waren das jetzt noch zwei Schläge oder so, die wir brauchten, wenn wir uns hier voll alles verschwendet. Stirb du bist. Spür die Rache des Hamsters. Ah, nee, der Zorn des Hamsters. Super. Sag dir nix? Ne. Baldur's Gate? Ja, ja, doch. Ja, doch. Aber da gab's einen Charakter, der hat immer von seinem Hamster so witzig erzählt. Alter, ich hätte es jetzt voll getroffen. Ja, ich hab da so eine stechenden Schmerzen im Kopf. Es fühlte sich an wie ein Blitz. Im Kopf. In my head. Ich würde eher sagen, am Kopf. Jetzt kommt die dritte Level, oder was? Aber hey, wir sind schon weiter. Also, der nervt langsam echt ohne Scheiß. Kann ja nicht einfach abstürzen, der dumme Kackvogel, ey. Oh, nee, Mist. Erbrauchen, ich brauche ihn. Ja, Leute, sehen wir uns in dem nächsten Part wieder, wenn es wieder ist. Let's play. Dieses, dieses Kampf. Zielt auf 102. Zielt auf 102 der deutschen Übersetzung von den G-Trance-Version 2.02 Beta. Obwohl inzwischen so halb offiziell, so offiziell. Ich hab's ja selber geteilt. Selber hab ich selber geteilt. Ja. Revision 935, macht's gut. Bis dahin und tschau'sen. Tschüss. Tschüss.